Oh, mit Int und Stamina, nice. Nein. Oh. Zählt das für alle? Ja, okay. Ein Glück. Das war mir heute. Kling, 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 kling. Glaub ich gerade mehrfach einfach. Ich habe eigentlich noch mehrfach gedrückt. Dann waren wir. Ja. Häng, häng, häng. Das ist ja eine geile Quelle. Das war's für Epileptiker, würde ich sagen. Ja, Mann. Wir werden die neuen Sklavenmarkt-Händler. Oh, Gott. Gestern habe ich wieder Game of Thrones gesehen. Ey, die sechste Staffel, das war ja so gut. 2019 warten, ey. Viel's bad. Das sind die Kings aus dem Sklavenmarkt. Viel's bad, ne. Sieben von acht. Ach, acht von... Nee, eins noch. Gokuro, ey. Was? Nein, nicht du. Der andere, der 3,30er hier. Wie, dass ein Tast dispend. So, acht von acht. So, raus. Komm mit. Sklaven. Ich würde jetzt sagen, dass es auf jeden Fall... Ich würde jetzt sagen, dass es auf jeden Fall etwas, was man unter USK mindestens 16 stellen kann hier. Weil die Menschen halbnackt sind, oder was? Weil man jetzt einen auf Sklavenantreiber macht. Das ist moralisch sehr verwerflich. Du bist moralisch sehr verwerflich. Level ab. Arschloch. Vier in sechs Stamina in der Hose. Nice. Boah, wir kriegen... Ohne Scheiß, wir kriegen aber jetzt wirklich ziemlich gutes Zeug, ne? So während des Lebens. Du hast sechs Stamina in der Hose. Ja. Krass, was? Hättest du nicht gedacht, dass... So, wir... Ja. Gönn dir meine geilen... Gönn dir meine geilen... Sie haben mir jetzt schon starben, Zwillinge. Warte. Warte. Wollt ihr die Quest in der Mine machen, oder wollt ihr mal weitergehen? Äh, wir machen die, ja. Ja, da müssen wir in die Mine rein, ne? Ach, du, sie ist ganz hinten drin. Ja, klar. Die musst du mal erst hinten annehmen, oder was? Ja, genau. Warum machen wir das? Weiß ich nicht, weil, Tobi, gesagt, wir machen die. Ja, ist EP. Ich steff mich hier durch. Ja. Wir können auch woanders hingehen. Da gibt es vielleicht mehr EP. Kommt vielleicht noch ein Rare Mob, oder so, und der hat dann vor allem einen genialen Dude. Tja, aber jetzt können Rare Mobs, glaube ich, schon blaue Sachen droppen. Ach. Ihr seid zu schnell. Warte, 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 warte. Warum ist der eigentlich schon 22? Dieser Cheater. Ich weiß auch nicht. Bin ich auch gleich, 5% oder so. Ja, wahrscheinlich ist die gar nicht hier. 8%. Wahrscheinlich ist die draußen, oder so. Danke, Matthias. Gut gemacht, Matthias. Sind wir jetzt in den Sozierei gegangen, oder was? Vieles gut, man. Ah! Hier ist ein Rare, ich hab's gesagt. Hier ist ein Rare, Rare. Rare. Rare, Rare, Rare. Rare, Rare, Rare. Tötet sie! Rare Boss! Gib loot! Ja. 24 dp. Grüner Umhang! Mit Stärke und Außer, willst du mich verarschen? Mit Stärke! Ich hab Int und Versatility. Handschuhe. Wollte ich aber nicht. Was das? Gib mal. Ist jetzt Stoffi. Ja ist egal, tragisch. Ich hab jetzt einen Stoffi. Ja, ich soll mal rausgehen wieder, weil ich finde ich das nicht. Nee, die Scheiße brauch ich nicht. Ja, lass rausgehen. Aber ich hab gesagt, hier ist ein Rare. Krass, oder? Wie ich sie ja predicted hab. Du musst ja aufpassen, dass ich das jetzt nicht sage. Das ist alles angezeigt, hier drinnen. Echt? Was? Wo? Bei mir nicht. Ich stell dich auf den Minimal. Ey, ey. Er ist bestimmt draußen. Nein. 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 Nein, nein. Ach so, das ist der. Der Schuhkart, die gerade gemacht hat wahrscheinlich deswegen. Ach so. Eskortfest. Ja, ja. Okay. Mach mal. Wir eskortieren. Wir sind Escort-Service. Hahaha. Lustig. Wenn man über seinen eigenen Witze schon lachen muss, das ist nie ein gutes Zeichen. Hast du gesehen, wie er heißt, der Typ? Nee, warum? Ja, lies mal. Damals. Jo. Damalsprogramm. Will folgt er eigentlich mir oder? Ja, mir folgt er. Okay. Ja. Ja, der muss auch jetzt wieder jeden NPC an sein. Stand da. Stand da. Aber auch. Er greift Captain Humans an. Verdammt. Wenn er zu nahe dran ist. Können wir diesen Rogue mal rausnehmen. Der macht so viel Damage, kommt zu gar nichts. Reif ich schon, oder? Matthias? Mach dir schon. Du hast gerade den meisten Damage gemacht. Das ist ne Lüge. Er lügen tut. Immer diese Lügner. Er lügen tut. Immer diese Lügner. Achso, ich muss bei euch bleiben. Dann zählt es nicht, was? Bleibt lieber bei euch. Will das nicht nochmal machen. 1000 Crit! 1000 Crit! Ich glaube es hackt hier. Ich glaube es klatscht gleich. Es war kein Beifall. Ja, Level Up. Level Up. GZ habe ich auch gleich. Level Up, Level Up, Level Up. Was habe ich Tolles bekommen? Shadow Step! Na Mensch! Ja, jetzt war es einfach richtig Damage oder was? Ist klar. Ne, ich darf mich jetzt bewegen! Ich darf mich ja nicht an den Gegner ran bewegen! Ja, du hast ja bringt keinen Dammit. Nicht mehr. Achso. Alter, ist das komisch. Wer hat auf einmal wo ganz anders steht. Wo ist denn der Dumme, ey? Dumb, ey. Wo ist... Ja. Er springt dir an, er geht da oben weiter, oh shit. War ja klar, dass er das Stück nicht runterspringen kann. Aber er läuft ja an den Gegner wenigstens vorbei. Ich habe den einen jetzt angehört. Oh, endlich habe ich Movement Speed. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Clean Spirit. Na toll. Schwachsinn. Okay, wir gehen jetzt erstmal zu Trouble at the Sludge Fields, würde ich sagen. Yes. Was? Trouble at the Sludge Fields? Ja, ganz ehrlich, wir können doch hier mounten. Warum machen das denn nicht? Ich mounte. Achso. Kräuter. Kräuter. Geisterwolf ist auch nicht so viel schlechter. Der geht weg. Ach, 860 EP. Da sind nochmal Kräuter. Oh nein, ich werde angegriffen. Oh nein, ich werde angegriffen. Oh nein, ich werde angegriffen. Interrupted. Eheh. Ich sagte.